jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play infamous second son wir dürfen endlich das zweite stadtgebiet wenn die brücke die wir soll angeblich bin ich bin begehbar sein das werden wir doch sehen wir werden doch über die brücke fertig oder so die drohne mal hier ausschalten ja 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 Okay, wir kommen nicht drüber. So, dann dürfen wir doch da auch. Geh mal oben, wo wir nicht drücken. Die haben ja richtige Geschütze. Das ist weniger. Nein, ich war nicht schnell genug. So. Ich stehe hier ziemlich unter Beschuss. Hm. Hm. Okay, die müssen wir jetzt überlegen. Wie machen wir das jetzt? Hm. Hm. So, das hat dann mal die Geschütze schon mal down. Das auch. Das auch. Okay, Helikopter. So, das war der Plan an der Sache. So. Hm. Wenn ich mit den zwei DUP-Einheiten hier rumlaufen werde ich fertig. Okay. Das ist nämlich eine Lücke. Das Auto nützt mir hier auch nichts. Oder ist das eine Sprungschanze? Nein. Leck mich doch. Ich habe keine Neon-Kraft, das ist das Problem. So. Moin, Moin. Der Heli da drin ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ah, da traut ihr euch endlich hinter euren Spielzeugen hervor. So. Verdammt, Mädchen hören einem auch nie zu. Das sag ich mir auch gerade. Schätzchen, Brücken sind voll dein Ding, weißt du das? Also erkennst du mich wieder. Oh ja, ja. Du bist diejenige, die mich vor ein paar Wochen eiskalt erwischt hat und dann laufen lief. Du hast dich seitdem verändert. Bisschen, ne? Du meinst das Rauchding? Ja, das ist neu. Ich hörte, du kannst einen neuen Trick. Du hast dein Arsenal erweitert. Tja, keine Ahnung, wo du das her hast. Ich meine, ich bin nur ein einfacher Rauchtyp. Ach, wirklich? Ah. Tja, das sagt mir leider überhaupt nichts. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, bist du aber groß. Oh, bist du aber groß. Ja, der muss nur halt sterben. Okay, ich muss die Anzeige, die da oben ist, runterbringen. Ich kann dich wohl nicht überreden, runterzukommen. Okay, ich muss die Anzeige, die da oben ist. Okay, ich muss die Anzeige, die da oben ist. Na gut, die Hälfte hat er noch. Jetzt habe ich... Okay, okay, vielleicht habe ich ein bisschen gelogen bei dem Neonding. Aber ich glaube, ich kann uns beiden hier viel Zeit sparen. Ich zapfe dir doch nur ein bisschen deiner Kraft ab, mehr nicht. Ich soll dir also einfach so meine Kraft geben? Ich meine nicht genug, um Brücken einzureißen oder so, aber genug, um deine Betondolche aus meinen Freunden rauszuziehen. Ja, und danach wirst du niemals wieder von mir hören. Ich habe eine bessere Idee. Oh, oh. Oh, oh. Nicht runtersehen. Nicht runtersehen. Nicht runtersehen. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Ja. Ach, der Linton-District, wo ich sowieso hin wollte. Ich habe nur einen Umweg gemacht. Mission abgeschlossen, die Prüfung. So, wir gucken uns mal jetzt ein bisschen... Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun noch hier. Wie ihr seht, wir haben noch die ganzen Gebiete in diesem Gebiet. Das haben wir alles zugeledigt. Aber hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir sind hier im Linton-District. Das müssen wir auf jeden Fall als erstes klein kriegen. Und dann können wir uns etwas sehr weiter reinarbeiten in diese Gebiete. Ich ballere mich gerade mal kurz hier hindurch. Dann haben wir noch genug Schaben. Und so. Da war alles gut. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Infamous Second Son. Und dann beginnen wir damit, die Gebiete hier zu holen. Und dann diese Stadt endlich wieder in den normalen Zustand zu versetzen. Es dauert jetzt vielleicht noch einige Folgen, aber wir kriegen das schon hin. Naja. So, kurz speichern. Ja, bitte. Na, mal kurz. Zack, zack. Gute Halbzeit haben wir jetzt. Naja, bis dahin. Und auf Wiedersehen. Tschüss.